Hallo zusammen, ich habe hier, die steht hier auf dem Wagen, eine Inselverkaufsvitrine und diese Inselverkaufsvitrine hatte ein Leck im Kühlsystem, Kältemittelmann. Wir sind jetzt hier am Füllen, da kommt R404 noch rein. Hier wurde also am 3.21. gefüllt und am 22.10. wurde wieder gefüllt. Und jetzt haben wir das Loch gesucht. Wir sind hier auf der anderen Seite der Vitrine und hier oben an dieser Lötstelle war ein kleines Loch. Und man sieht hier unten auch noch, vielleicht nicht so sauber, hier ist Öl ausgetreten, aber es war wirklich ein sehr kleines Loch. Ach, ihr habt vorhin den Daten gesehen, wie langsam, dass das raus ist. So sieht diese Vitrine von oben aus, einfach eine Inselverkaufsvitrine. Ja, mehr kann ich zu dieser Vitrine nicht sagen. Ist Garantie, wurde durch uns geliefert, unser Lieferant. Er setzt uns diese Arbeit hier. Das war es von dieser Verkaufsvitrine. Ich mache euch hier ein Video über den Kühlraum und hier über eine andere Kühlanlage und wünsche euch einen schönen Tag. Also, das war es hier dann. Das war es für mich, wenn ich hier überraschend habe. Ich mache euch einfach mal wie immer wieder so, da ich hier überraschend habe. Ich mache euch ab, was ich überraschend habe. Und dann geht's mir. Vielen Dank.